Ich quäle meine Schüler häufig damit, dass ich ihnen einen Sachtext zu lesen gebe und dann frage ich sie, auf welche Problemstellung will der Autor damit denn eine Antwort geben? Und dann melden sich vielleicht zwei Leute und nicht, weil der Text so schwer ist, sondern weil sie, obwohl ich das bestimmt schon dreimal versucht habe zu erklären, nicht mehr wissen, was eine Problemstellung ist. In der Hoffnung, die Sache vielleicht audiovisuell verankert zu können, jetzt also in zwei Minuten, was ist eine Problemstellung? Unser Leben stellt uns immer wieder vor Probleme und manche dieser Probleme können dann formuliert werden, erstens in Form einer Frage, die zweitens schwer zu beantworten und drittens relevant ist, also wichtig. Und der Fachausdruck dafür ist Problemstellung, kommt aus der Wissenschaft. Wann eine Frage schwer zu beantworten und zugleich wichtig ist, hängt von der Situation ab und von den Fähigkeiten und Möglichkeiten, die man hat. Du stehst vor anderen Problemstellungen als deine Mutter, Deutsche vor anderen, als Menschen, die im Sudan von der Viehzucht leben. Und es gibt eher praktische Problemstellungen, die schnell angegangen werden müssen. Ich habe Abi, mir geht das Geld aus, was mache ich jetzt? Oder wie verhindern wir eine Zunahme von Überschwemmungen durch den Klimawandel? Manche Problemstellungen sind aber auch eher theoretisch. Da kann man sich Zeit nehmen, nachdenken und forschen. Wie ist eigentlich das Universum entstanden? Oder das erste Leben auf der Erde? Was ist Gerechtigkeit? Was ein fairer Lohn? Was wahre Freundschaft? Leider sind wir nicht von Geburt an gut darin, wichtige Probleme auch als solche zu erkennen und dann die richtigen Fragen zu stellen. Und Schule kann da helfen, indem sie uns immer wieder mit typischen, praktischen und theoretischen Situationen konfrontiert, in denen wir lernen können, Probleme überhaupt zu erkennen und richtige Fragen dazu zu stellen. Wenn man das kann, dann nennt man das Problemlösekompetenz. Und wenn man die hat, dann kommt man besser durchs Leben. Deshalb frage ich eben öfter mal, ob sich in einer Situation oder einem Text eine Problemstellung abzeichnet. Und manchmal macht das Nachdenken darüber sogar richtig Spaß. Und manchmal macht das Nachdenken darüber, wenn man das Problemlösekompetenz hat.